Von Liendorfs Sohn Manuel, geboren am 18. März 2008, verbleibt bis auf weiteres in ihrer Obhut. Der ältere Sohn aus einer weiteren Beziehung, Jack in Liendorf, wird auf Antrag der Mutter in der Wohngruppe der Jugendhilfeeinrichtung Sankt Maria in Berlin-Nikolasier untergebracht. Peter? Penis. Wer bist du? Tanja. Marc. Ja, ich bin Jack. Ist von meinem Vater. Liesst du ihn oft? Nee, er ist tot. Und deiner? Weiß nicht, kenn ich nicht. Ich möchte meine Mutter. Kommen wir, wir haben erst Eingewöhnung und dann kannst du deine Mutter sehen. Dann haben wir genauso abgemacht. Hallo, hier ist Sanna. Ich bin gerade nicht dahin. Das ist so eine Nachricht. Mama, hier ist Jack. Ich komme jetzt nach Hause, okay? Was ist denn mit Mama? Eure Mutter, die hat euch hängen lassen. Du lügst du. Hallo, hier ist Sanna. Ich bin gerade nicht dahin. Das ist so eine Nachricht. Lass mich! Ich bin gerade nicht dahin. Ich bin gerade nicht pretty. Untertitelung des ZDF, 2020